Wird eine zentrale Medium-Zuleitung gewünscht, kommt der W-Adapter TW711 zum Einsatz. Er hat dieselben herausragenden Eigenschaften wie der TW710 und ist ebenfalls einsetzbar zum Prüfen von Kraftstoffleitungen an Motorenprüfständen bis zu einem Betriebsdruck von maximal 10 Bar. Ein integriertes Absperrventil verhindert, dass im nicht angeschlossenen Zustand Kraftstoff ausläuft. Dies schont die Umwelt und schafft sichere Bedingungen und ein sauberes Arbeitsumfeld. Untertitelung des ZDF für funk, 2017